Es war 16 Uhr, als ich zum Hauptquartier zurückkam. Ich war nochmal vorbeigefahren, um zu sehen, was die Jungs vom Labor über Norddeutscher Kette herausgefunden hatten. Das, welches wir am Pier gefunden hatten. Man kann sehr viel durch Faserproben herausfinden, wenn sie nicht zu nass geworden sind. Und ich hoffte, dass wir in diesem Fall nicht zu trocken dastehen würden. Hey, aufpassen! Polizei! Stehenbleiben! Hat jemand das Kennzeichen erkannt? Konnte jemand einen Blick auf den Fahrer werfen? Nehmen Sie für spätere Fragen von allen Anwesenden die Namen auf. Ich werde jetzt hineingehen. Haben Sie gesehen, wie das Ding in die Luft geflogen ist? Ich will den Namen haben. Ja, Whitey Weißmann. Whitey Weißmann?